Left, right, left. Äh, ich habe ein J. Aha. Ein, ein, ein Käfer. Ja, ein Käfer. Ein Lambda. Ein Lambda, ja. Ein Kringel. Ja. Und ein, äh, abgebrochenes S. Äh, warte, sag ich dir gleich. Die Nase. Ich hab, warte, warte, warte. Äh, aus, 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 aus. Aus, an, aus. Aus, 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 an, aus. Untere Zeile? Links. An. Nach links. Nach links drin. Es zeigt schon nach links. Oder links vom Up. Links vom Up. Links vom Up, okay. Also nach links muss es dann zeigen. Aber es zeigt nach rechts, weil das Up hat sich gedreht. Das Up zeigt nach links. Okay, du musst, äh, äh, Ähm, Körbkomming, aerated to the Up. Äh, quasi vom Up aus. Okay, gut. Ähm, also das, was für eine Nase. Äh, nee, das ist, das ist eine, das ist wie eine umgedrehte Drei, die unten nicht vollständig ist. Okay. Das heißt, äh, dann den Kringel, den Käfer, die Drei und das Lambda. Okay. Oh, schon wieder. Aus, 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 an, aus. Aus, 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 an, ja, links. An, aus, aus, was, links vom Knopf? Links vom Knopf. Reicht. Also links vom Up, meine ich. Ja, ja, ist okay. Äh, ich habe wieder ein Je, ein Kringel, ein C in einem Kreis und ein Komma über einem Arsch. Das Zeh in einem Kreis, das Komma über der Nase, ähm, was hast du noch für... Je und Schleife. Die Schleife und das Je. Okay. Äh, ich habe, ähm, 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 äh, Blau, Sternchen und LED. Weil ich... Blau, Sternchen, LED, das sind die hier, das ist hier, das ist Parallelport. Oh, du fragst Fragen, keine Zeit mehr, äh, nein. Dann nicht. Blau, Sternchen. Blau, Sternchen, das sind die hier. Äh, nicht schneiden. Äh, blau, LED. Blau, LED, äh, das ist da oben. Explodiert. Okay. Parallelport, nein, nicht schneiden. The experience is the best teacher. Ich dachte mich auch, Alter, fick dich doch. Entschuldigung. Ja, aber das Problem an dieser Aussage ist, naja, wenn du mit der Bombe hochgegangen bist, dann... Nochmal. ... hast du auch keine Experience. Ich habe sechs waagerechte Schnüre. Okay, äh, gelbes. Zwei. Gut, rotes. Keins. Letztes schneiden. Ich habe senkrechte Schnüre. Ja. Äh, blau, rot, LED. Blau, rot, LED, das heißt quasi, der fickt raus, blau, rot, LED. Okay, äh, seh ich nochmal. Äh, null hinten. Schneiden. Ich habe Sternchen. Sternchen, das ist nur der hier, äh, schneiden. Ich habe blau, Sternchen und LED. Blau, Sternchen, LED, äh, das heißt hier, Parallelport. Ja. Schneiden. Blau, rot, LED. Blau, rot, LED, LED ist der hier, also muss ich hier gucken, das ist ein S, äh, sagt das Null schneiden. Also, der ist ja hier nochmal Null, ja. Ist vorbei. Sternchen, rot, blau. Sternchen, rot, blau, ähm, das sind die, das heißt ohne LED, das ist ein P, Parallelport, ja schneiden. Okay, ähm, ich habe aus, 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 an, aus. Aus, 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 an, aus, links. Okay, ich habe ein, oh, ich habe tolle neue Symbole. Ich habe ein, äh, das sieht ein bisschen aus wie das allsehende Auge oder ein T mit einem Dach drauf. Kannst ja aussuchen. Okay, weiter. Ich habe ein umgedrehtes C mit einem Punkt drin. Okay, ja. Ich habe ein Torrent. Ja. Und ich habe das geschwungene H mit dem Haken dran. Allsehende Auge, Torrent, H, T. Ich habe wieder aus, 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 an, aus. Aus, 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 an, aus, dann links vom Ab. Okay. Ähm, dann habe ich, äh, ein Omega. Ja. Ein Beta. Äh, ja. Ein durchgestrichenes Istgleich. Ja. Und ein A, E zusammengeschrieben. Beta Istgleich A, E, Omega. Und dann habe ich viele Wörter. Ja. J, U, U, mit Recht. Mitte, rechts. Sure. Sure. Äh, U, A, auseinander, dann, like. Warte, ich habe, nein, okay, ja. Warte, sure, ja. Äh, also U, auseinander, dann, like, you are. Dann habe ich, dann habe ich. Äh, lead mit E, A. Äh, lead unten rechts. Blank. Blank. Wait. Right. Okay. Warte, warte, ich habe right. Warte, warte. Ich habe aus, an, an, aus, aus, an. Aus, an, an, aus, aus, an. Ja. Äh, okay, das ist unten. Warte, quasi, vom, ab, unten. Ja, ja, unten, ja, aber ich sehe es nicht, ich habe Licht aus. Okay. Äh, dann habe ich, there, mit E, I. Äh, there, mit E, I. Ah, ja, okay, mit Recht. Wait. Wait, wait, wait. Äh, U, 3, H. Ja. Fertig. Sehr gut. Wieso bist du eigentlich so gestresst? Bei mir, der explodiert ist immer. Weil ich mich beeile, hier durch die ganzen scheiß Tabellen durchzukommen. Ja, ich sitze hier und muss die Uhr beobachten, weißt du? Weißt du, was für ein Druck das aufbaut, wenn du die ganze Zeit diese scheiß Uhr anguckst? Weißt du, ich dachte mir gerade so, ach, ich bin nicht ganz so gestresst wie bei Nonick, ja? Aber jetzt kommt dann das, ich bin noch gestresster. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Wir hatten noch 46 Sekunden. Ist doch schön. Ich trinke übrigens mehr als in anderen Let's Plays. Nur weil ich mich so aufrege. Siehst du, du wirst... Multitasker. Na, herzlichen Glückwunsch. Wir sollten öfters Let's Play, dann trinkst du mehr. Nein, nicht im Sinne von, weil ich mit dir rede, sondern weil ich mich über diese scheiß Bomben aufrege. Also Multitasker. Das heißt, du hast mehrere Nidimodule. Oh, wunderbar. Das freut mich ja jetzt schon. An extra arm would really help here. Definitiv. Ein extra arm würde hier helfen. Super. Fünf Minuten, fünf Module, ein Strike. Ich kotze jetzt schon. Ach, du Scheiße. Ich habe, äh, deine komische Nase, wie auch immer du sie nennen möchtest. Moment. Äh, ja. Den Arsch, ja. Lambda? Äh, ja. Kringel? Ja. C im Kreis. Copyright, Arsch, Kringel, Lambda. Äh, jetzt hängt das schon an. Was habe ich denn auf der anderen Seite? Okay. Ich habe, äh, schwarz C. Schwarz C, ja. Rot A. Nein. Schwarz B. Äh, nein. Rot B. Ja. Schwarz A. Nein. Wir brauchen Aufmerksamkeit. Wie so ein Kleinkind. Schwarz C. Ja. Blau C. Nein. Blau B. Nein. Blau, äh, schwarz C. Nein. Ja, will ich. Geh weg. Und du? Hier. So, fünf Buchstaben. Dora. Äh, fünf Buchstaben Dora. Äh, nein. Theodor. Hast du beim zweiten ein H? Ja. Beim dritten ein E oder ein I? Ich habe ein I. Hast du auch noch ein R vielleicht? Nein, ich habe ein I. Du hast ein I. Hast du beim vierten ein N? Warte. Wir brauchen Aufmerksamkeit. Ein extra Arm would be very useful. Ein N? Ja. Nein. Gut. Äh, ein... Du hattest beim dritten Buchstaben kein E, ne? Nein. Okay, dann hast du das andere Buchstabe? Wilhelm. Ja, beim zweiten ein A, ein H oder ein O oder ein R? Ich habe ein H. Ich habe ein A, ich habe ein E und ich habe ein I. Und ein H. Also, du hast ein A und ein H. Äh, hast du beim dritten ein T? Oder ein... Ja, ich habe ein T. Hast du, äh, vielleicht Water? Nein. Where? Warte. Where, ja. Okay. Warte, ich frage. Ich gucke. Nein, ich habe kein E als drittes. Beim dritten ein I? Ja. Switch. Halt. Fert. Gut. Das nervt übrigens ständig mit diesem Knopfdrücken. Ich habe übrigens Multitasker freigeschaltet, schaltet, weil ich bin Multitasking fähig. Sehr gut. Eine Minute 49 hatten wir noch Zeit. Ja, reicht doch. Jetzt sind wir bei fünftens angekommen. Challenging. Herausfordernd. Ja. Ja. Wires, wires, everywhere. Ja. Kabel, Kabel, überall. Ich weiß. Ja, ich übersetze es für das Let's Play-Mod, die... Ich bin ja nett. Bett. Also, Beschreibung. It's the Red's Nest. Das ist ein Ratten-Nest. Cut carefully. Ja, ich schneide immer vorsichtig durch. Manchmal. Wir haben fünf Minuten, sechs Module und drei Strikes. Okay, ich habe keinen Nidi-Scheiß. Ich habe Rot A. Äh, nein. Blau C. Nein. Schwarz B. Ja. Blau A. Ja. Schwarz A. Ja.